Geil, dieses Bus, dieses Busslein. Das ist ja richtig Style. Zeig nachher nochmal von außen. Nice, 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 nice. 15. 15. Ist ja gleich, was? Was haben wir bei Ihnen drin? Ich habe keine Fahrscheine mehr, werde ich nur noch spenden. Wir haben echt keine Fahrscheine mehr. Wirklich, das wollten wir halt nur so eine alte Fahrscheine. Wir haben nur noch Tagesparten. Aber das wird langsam, weiß ich nicht. Die Stunden setten wir alle, das lohnt sich nicht. Dann gebe ich... Ohne 2 Euro kosten. Ich gebe ihm 5. Das ist nett. Ich meine, hab die Betein. Jetzt kommt ihr alle den alten Bahn zu. Na, noch einen feinen Tag. Danke. 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 Danke, danke. 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 percentage attend Also bei diesen älteren Sachen, irgendwie sehen die viel viel besser aus und liebevoller mit Details und so, merkt man ja schon bei den Lichterchen als bei anderen. Jetzt kann ich aber unten nicht sehen, wie das aussieht, wenn man da sitzt. Was? Kannst du runtergehen. Bleib doch. Jetzt nicht, jetzt sitze ich ja hier oben. Wieso? Dann kannst du runtergehen. Was ist das? Wow.